Mein Name ist Timo Stork, ich bin an der Psychologischen Hochschule Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie mit psychodynamischem Schwerpunkt. Ich bin selbst psychologischer Psychotherapeut und zu meinen aktuellen Forschungsthemen gehören die Konzeptvergleichen der Psychotherapieforschung und nebenbei beschäftige ich mich auch noch mit der Psychologie von Film und Fernsehen. Lange Zeit, man kann so sagen die ersten ein bis zwei Jahrzehnte meines Lebens, hatte ich den starken Wunsch Journalist und Sportreporter zu werden, dann auch im Zuge eines Praktikums aber dann doch irgendwann gemerkt, dass man nicht jede Woche die Olympischen Spiele kommentiert und fand es dann weniger interessant und dann ist das Interesse und auch die Leidenschaft für die Psychologie während meines Zivildienstes entstanden. Da war ich eine Woche lang in der niedersächsischen Öde mit anderen 19-Jährigen eingesperrt in so einer zivildienstleistenden Schulung und diese Zeit der Beschäftigung, was möchte ich mit meinem Leben so machen? Die nächsten Jahre hat mich zur Psychologie geführt und dann recht schnell, nach Aufnahme des Studiums, hat sich auch mein Interesse an der Psychotherapie, an der klinischen Psychologie entwickelt. Für mich hat die Psychologie etwas sehr Dynamisches und Lebendiges. Das Schwerkraftgesetz wird im Großen und Ganzen über die Jahrhunderte so bleiben, wie es ist, aber vieles von dem, was die Psychologie über den Menschen weiß und herausfinden möchte, ist weniger statisch, mehr in Bewegung, menschliche Beziehungen wandeln sich oder eine Theorie menschlicher Gefühle wird nicht an allen Orten der Welt und auch nicht zu allen Zeiten dieselbe sein, sondern erfordert ein neues Nachdenken und eine neue Zuwendung an den Gegenstand der Psychologie, sowohl in der Wissenschaft als auch in den verschiedenen Anwendungsbereichen. Das Bachelorstudium der Psychologie ermöglicht einen Einstieg in die Vielfalt der Psychologie. Das betrifft zum einen bereits die Studieninhalte. Ich denke, man muss lange suchen, um einen Studiengang zu finden, der eine so starke inhaltliche Breite hat, wie es die Psychologie heute hat. Aber es betrifft natürlich auch die Möglichkeiten nach dem Abschluss in unterschiedliche Masterstudiengänge einzusteigen und damit eben auch in unterschiedliche Berufsbereiche. Jemand kann ja sagen, ich möchte Psychotherapeutin werden, jemand anders sagt, ich möchte Coach werden, noch jemand anders möchte Wirtschaftspsychologin werden oder Schulpsychologe. All das ist der Studiengang Psychologie auf Bachelor-Ebene der Einstieg. Eine wichtige formale Voraussetzung für die Bewerbung auf einen Studienplatz im Bachelorstudiengang Psychologie ist die Hochschulzugangsberechtigung. In der Regel ist es das Abitur einer deutschen Schule. Individuelle Wege, also ein Schulabschluss im Ausland oder andere Berufserfahrungen, zum Beispiel in einem einschlägigen Bereich für die Psychologie, können geprüft werden. Da laden wir Sie herzlich ein, sich an unsere Studienberatung zu wenden und die individuellen Wege zu besprechen und abzuklären. An der Psychologischen Hochschule Berlin legen wir einen besonderen Wert im Hinblick auf die Eignung und die Zulassung zum Bachelorstudium auf Ihre individuellen Zugangswege. Und wir möchten Sie dazu gern persönlich kennenlernen. Das heißt, zum einen führen wir individuelle Bewerbungsgespräche, zum anderen freuen wir uns auf ein persönliches Motivationsschreiben von Ihnen. Beides soll dem Zweck dienen, dass wir Sie etwas besser kennenlernen, Ihre Leidenschaft für die Psychologie kennenlernen und gerade das Gespräch bietet natürlich auch Ihnen die Möglichkeit, uns etwas besser kennenzulernen, dass wir gemeinsam schauen können, was suchen Sie im Studium und in der Hinwendung zur Psychologie, was bieten wir an, was sind die Inhalte des Studiums und passt das gut zusammen. Dabei schauen wir uns schon Ihr Schulzeugnis mal an. Andererseits haben wir keinen festen numerus clausus, der entscheidet, wer einen Studienplatz angeboten bekommt und wer nicht. Es liegt ja erstmal auf der Hand, dass eine Note in Mathematik oder Biologie allein noch nicht so viel aussagt darüber, ob jemand zehn Jahre später oder noch mehr einfühlsam und fachlich kompetent mit Menschen arbeiten kann. Ich bin jetzt ziemlich genau seit sieben Jahren an der PHB tätig und kann ehrlich sagen, dass es in der Zeit nicht langweilig geworden ist und ich rechne auch nicht damit, dass es in Zukunft langweilig werden wird. Und das hat in meinem Erleben nach besonders damit zu tun, dass es eine sehr direkte persönliche Kommunikation gibt, sowohl im Kreis der Kolleginnen und Kollegen in allen Bereichen, aber auch mit den Studierenden. Wir haben vergleichsweise kleine Jahrgangsgruppen, in Seminargruppen und in Übungskursen sind die Teilnehmenden, die Zahl der Teilnehmenden noch etwas kleiner, sodass es wirklich ein Miteinander werden kann. Natürlich schreiben unsere Studierenden Klausuren und kriegen dafür eine Note und wir sind auch in der Verantwortung, den Studierenden etwas beizubringen, aber es ist ein gemeinsamer Gang. Aber es ist ein gemeinsamer Gang durch das Studium. Ich halte eine der Einführungsvorlesungen im ersten Semester des Bachelorstudiums, aber auch Vorlesungen in den Anwendungsfächern, die die Studierenden gegen Ende des Studiums besuchen. Natürlich auch in der Betreuung von Abschlussarbeiten. Das heißt, ich habe oft einen ziemlich guten Blick darauf, wie jemand ins Studium gestartet ist und wie jemand gegen Ende des Bachelorstudiums kurz vor dem Abschluss seinen oder ihren Weg durch die Psychologie gefunden hat. Und das genieße ich sehr, das zu begleiten und zu beobachten.